Willkommen zurück. Wir befinden uns hier noch im Vorhof des Gedächtnispalastes und wir wollen die Knochenpunkte des Humerus bearbeiten. Zur Orientierung, wir laufen jetzt hier rein und die Treppe hinauf und aufs Dach. Hier ist ein Grill und hier fangen wir an mit Caput Hummerie. Caput Hummerie ist als kaputter Hummer zu sehen und da stellen wir uns vor, dass wir hier einen kaputten Hummer grillen. Rechts daneben stellen wir uns vor Gollum. Gollum frisst mit seinen tollen Tischmanieren einen Hummer auf. Gollum Hummerie. Gollum Hummerie. Jetzt auf dem Tisch stellen wir uns vor die verschiedenen Tuberkuli. Tuberkulum Minus, Tuberkulum Mayus, Tuberkulum Intermedium, Tuberkulum Mayus mit Pars Kranialis und Pars Kaudalis. Das klingt jetzt etwas viel, aber normalerweise macht das keine Probleme, wenn man ungefähr verstanden hat, worum es geht. Sulcus intertubercularis. Stellen wir uns hier zweimal ein Instrument namens Tuba vor. Tuba links, Tuba rechts. Sulcus intertubercularis. Hier ist ein Treppenhaus. Hier stelle ich mir vor die Facies Musculi Infraspinati. Und dazu stelle ich mir die FAZ vor, also eine Zeitung, die hier angeschlagen wird. Und diese Zeitung hat ein Bild von einem Bodybuilder. Und der Bodybuilder zeigt seine Muskeln. Und die Überschrift lautet, dass Infrarotlicht den Muskelaufbau fördert. Musculi Infraspinati. Hier auf der Wand stelle ich mir vor, die Tuberositas Teres Minor. Und die Tube Rositas, für Tuberositas sage ich immer Tube Rosa. Eine Tube mit rosa Zeug, also zum Beispiel Leberwurst. Das rosa Zeug kann auch irgendwas anderes sein. Kein Problem. Irgendwas Fiktives oder wenn ihr wirklich was Gutes, Rosanes wisst, was aus einer Tube kommt. Und jetzt können wir uns vorstellen, dass noch Miner, also dass dort ein Bergmann steht. Miner ist Englisch für Bergmann. Und hier steht einer mit seiner Hacke, Spitzhacke. Das ist dann Tuberositas Teres Minor. Hier oben auf diesem Denkmaltreffen-Ding, keine Ahnung was das ist, ganz oben drauf steht eine Linie musizierender Iltisse. Die soll uns erinnern an die Linea Musculi Trizipitis. Eine Linie musizierender Iltisse. Und jetzt stellen wir uns, müssen wir Christa Hummeri verbildlichen. Christa Hummeri, ich stelle mir vor, ein Hummer, der sich als Guru vergleitet hat. Und jetzt singt er dort Krishna Hummeri, Krishna Hummeri, sowie Christa Hummeri eben. Und hier kommt jetzt Tuberositas Deltoidea. Ich stelle mir vor, auf dem Springboden ist so eine Tuberosa und die wird gerade deleted, indem sie ausgepresst wird. Deleted für Deltoidea. Oder wir stellen uns ein Delta vor. Ein Delta in Form eines Buchstaben oder eines Delta-Gleiters oder irgendwie sowas. Hier auf dem Rand sitzt ein Sumoringer. Sumoringer für Sulcus musculi brachialis. Und dieser Sumoringer ist bekannt für seine brachiale Gewalt. Sulcus musculi brachialis. Sumo brachialis. Und dem gegenüber sitzt sein Kollege, auch ein Sumoringer. Und der benutzt gerade ein Epiniergerät für seine Beine. Und Epi-Condylus heißt das Ganze dann. Epi-Condylus Lateralis. Hier in dem Zwischenraum vor dem Terrarium mit dem Krokodil steht, oder stellen wir uns vor, dass das Christkind kommt und schenkt Superman, vielleicht ist Superman noch ein kleiner Junge, und dem schenkt er ein Condylus oder eine Walze oder eine Gondel, eine Spielzeuggondel. Und das soll uns erinnern an Christa Supra Condylaris Lateralis. Vielleicht noch irgendeine Latte als Verbindung, wie ihr euch das vorstellen könnt. Und jetzt kommt das Krokodil. Das Krokodil wird von einer Gondel platt gemacht, oder von einer Walze platt gemacht. Condylus. Beim Primaten heißt das Ganze Trochlea. Und damit haben wir den Condylus hier auf dem Krokodil. Und jetzt ist da ein armes Schaf gefangen, das kann ich jetzt leider nicht retten. Und hier stellen wir uns vor, dass wenn man jetzt hier runterhertauchen würde, dann würde man die Hauptstadt der Hummer finden. Und so wie in Star Wars die Stadt unter Wasser, wenn wir jetzt hier drunter tauchen würden, dann würden wir ja die Hauptstadt der Hummer finden. Und dort gibt es das Kapitol der Hummer. Und das ist das Kapitolum Hummeri. Kapitolum Hummeri. Beim Menschen. Ja. Jetzt kommen wir hier zu einer Fossa und das Fass ist mit Rädern gefüllt, Fossa Radialis. Wir müssen uns die Räder besonders gut vorstellen, weil wir gleich noch ein anderes Fass bekommen. Nämlich auf der anderen Seite des Glases, hier dazwischen, zwischen diesen Wänden, finden wir ein weiteres Fass vor. Dieses Fass ist Fossa Olegrani. Und Oleg, ich stelle mir vor, Sambal Oleg als scharfe Soßenpaste, dieses rote Zeugs und ein ganzes Fass davon. Und das riecht und schmeckt und ja, oder schmeckt sehr scharf. Und das können wir uns hier vorstellen. Foramen Supra Kondylare. Nee, Foramen Supra Kondylare kommt jetzt. Foramen Supra Kondylare kommt hier und das ist jetzt schwierig, weil wir eben ein Problem haben später mit Foramen Supra Kondylare. Also müssen wir das gut trennen. Foramen Supra Kondylare ist Formen, Dr. Formen für Foramen. Supra Kondylare, Superman und die beiden streiten sich Formen, Dr. Formen für Dr. Haus. Und Superman, ja, von Superman, streiten sich jetzt hier um einen Rochen. Voramen Supra Kondylare. Und als nächstes nehme ich hier wieder ein Fass und Fossa Koronoidia beim Menschen. Und Koronoidia, Corona ist eine Krone. Also entweder wir stellen uns die Corona in der Sonne vor oder eine richtige Krone. Auf jeden Fall ein Fass mit einer Krone drin oder Fass mit mehreren Kronen drin. Fossa Koronoidia. Hier im Gemüsebeet, im Blumenbeet, stelle ich mir vor Voramen Supra Kondylare bei der Katze. Hier stellen wir uns vor eine Dampfwalze, die die Blumen platt macht. Und am besten macht sie auch der Superman platt, nämlich Supra Kondylare. Und dann sitzt im Cockpit Dr. Formen und der streitet sich mit einer Katze. Also die Katze kämpft gegen Dr. Formen irgendwie und deshalb passt sie nicht auf. Und dann macht er die Katze platt. Oder deshalb macht er den Superman platt mit seiner Dampfwalze. Vorher haben wir eine Supra Kondylare Katze. Und da haben wir jetzt noch die lateralen Bandhöcker und Bandgrube. Und wenn man das braucht oder wenn man es sich merken will, lateraler Bandhöcker. Eine Latte mit einem Band drum und Bandhöcker, Höckerräufchen oder eine Grube, die hier ausgehoben wird. Lateraler Bandhöcker und Bandgrube. Okay, das war's zum Thema Humerus. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und euch bringt es was. Und falls ihr das Ganze nützlich fandet, wäre es nett, wenn ihr mich abonnieren könntet. Und wenn ihr diese Videos als Link verbreiten könntet bei Google+, bei Facebook, bei Foren und so weiter. Also bis zum nächsten Mal.